2. Dezember. Wir gehen mit der Jenny eine Schleppe, die jetzt zwei Stunden alt ist. Es regnet. Macht sich recht gut bis jetzt. An jeder Markierung ist auch ein Verweiser und die muss sie finden, um einen gewissen Lerneffekt zu haben. Jetzt hat sie gefunden. Jetzt kommen wir mal die Kerbe. Jetzt kommt wieder eine Markierung mit einem rechten Winkel nach rechts. Jetzt ist sie drüber, jetzt verbessert sie sich. Falsch? Der Regen ist auf jeden Fall eine Erschwernis, aber das haben wir bewusst gesucht. Sie ist drauf, sie ist drauf. Sie sind drauf, sie sind drauf. Okay. So, weißt du, was du gefunden? Jetzt haben wir noch 100 Wetter. Ungefähr. Jetzt muss ich über den Weg drüber. Ah ja. Oh. Oh. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ja, das ist ja toll. Ja, und das Fressen. Und anschließend geht's. Ja, und gleich geht's.